ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Ich hab euch lieb! Hey Kinder! Wollt ihr... Wollt ihr mal einen toten Körper sehen? Warum nicht, okay Mister? Ich hab Julie endlich zum Abendessen zu mir nach Hause eingeladen. Findest du es seltsam, dass meine Mutter für uns kocht? Alter Mann, ich hab noch nie jemanden erlebt, der sich selbst eine Schwanzblockade baut. Hallo, Sie sprechen mit Triptank. Hier ist Steve. Was kann ich für Sie tun? Ja, was ist das für ein Mist, was ich da in ihrem jämmerlichen Abklatsch an der Fernsehshow sehe? Einem armen, wehrlosen Eichhörnchen wird das Genick gebrochen. Ich möchte offiziell Beschwerde einlegen. Ich verbinde Sie. Hallo, Beschwerdestelle? Hallo, ich möchte eine Beschwerde gegen die Tierquälerei einlegen, die ich in Ihrer Sendung gesehen habe. Ich verbinde Sie mit der Tierabteilung. Was? Hallo? Tierabteilung? Hey, hören Sie mal. Ich verbinde Sie mit der Hörabteilung. Was zur Hölle? Hallöchen, ich bin, ich mache alles, Andy. Und hier bei Indys Gebrauchtwagen mache ich alles, damit Sie bei mir Kunde werden. Ich setz einen lustigen Hut auf. Ich mach mich zum Trotteln. Ich mach noch einen Grillofen drauf. Ich mache alles. Ich esse Ihr Gemüse für Sie. Ich kämpfe gegen einen Tiger. Komm schon, du Pussy! Ich kämpfe gegen einen Bär. Ich kämpfe gegen die andere Art von Bär. Was machst du denn später? Ich trinke vier Liter Milch in unter einer Stunde. Das war gar nicht schlimm. Ich sag Ihrer Mutter, sie soll ins Heim ziehen. Sie sind alt und die wollen Sie nicht mehr. Ich schneide meinen eigenen Finger ab. Ich drifte durch eine Vorschule. Ich tue alles. Ich esse Glas. Ich lecke aus. Komm her, du... Ich mache Ihre Steuererklärung. Eins im Sinn? Sie müssen... Ich starte einen Rassenkrieg. Hey, ihr seht aus wie ein Haufen Schlappschwänze. Ich mache Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Ich lasse meine Frau vögeln! Ich täusche meinen eigenen Tod vor. Ich täusche Ihren Tod vor. Nichts passiert! Ich stecke mich selbst in Brand. Ich lasse mich teern und federn! Ich schneide mir meinen eigenen Schwanz ab. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich gehe mit Ihrem Hund Cassi. Hey, das wollte ich mir wieder annähen. Der Hund hat meinen Schwanz. Ich lasse mich vierteilen. Ich engagiere einen Künstler, der mich mag, während ich gevierteilt werde. Sacre bleu! Ich reduziere alle Preise um 10%. Ich tue alles. Ich bin... Ich mache alles, Andy! 10% und der leckt meinen Arsch! Kinder rein in den Truck! Wir fahren zum Autohaus! Yeah! Ha! Entschuldigung, hätten Sie einen Moment, um gefährdeten Meeresschildkröten zu helfen? Tut mir leid. Hallo? Hallo, Sir, würden Sie... Wer bin nicht interessiert? Verzeihung, man? Hau ab! Entschuldigen Sie, Sir! Fick dich selbst! Rettet die Schildkröten? Nein! Will denn keiner Schildkröten retten? Rettet die Schildkröten! Ich krieg die Unterschriften! Ich verspreche es! Nicht meine Eier! Alles, aber nicht meine Eier! Oh mein Gott, sieh doch mal! Ein doppelter Regenbogen! Wow! Was das wohl zu bedeuten hat? O'Leary! Mecky! Heute ist wohl mein Glückstag! Fisch den Regenbogen, du Pitter! Du vergisst, was zu dir kommt! Wow, sieh dir das an! Willst du etwas davon? Ich geb's dir! Du willst es? Für mich die Haare! Und jetzt rüber ab! Oh Scheiße! Die Natur ist schon verdammt schräg! Wir schreiben das Jahr 2007! Der brutale Krieg zwischen Menschen und Maschinen wütet weiter! Die Maschinen haben gerade eine neue Geheimwaffe eingesetzt! Diese verdammten Roboter haben uns alles genommen! Freunde! Unsere Familien! Unsere Art zu leben! Aber weißt du, was ich im Moment am meisten vermisse? Was denn, Sarge? Kuchen mit Pekandüssen! Hab kein Stück gegessen seit der Gottverdammte Krieg angefangen hat! Ah ja! Für mich ist es das Chili von meinem Pap! Was geb ich nicht alles für dieses Chili? Hey, was ist mit dir, Ted? Welches Essen vermisst du am meisten? Altmetall! Alles klar, Mann! Alles klar! Hast du gerade gesagt, du vermisst es, Altmetall zu essen? Nein! Also welches Essen vermisst du noch mal am meisten? Pizza und Hamburger! Pizza und Hamburger! Das ist ja mal eine klassische Kombination! Sarge, kann ich Sie einen Moment sprechen? Hey, ich denke, dieser Typ könnte ein Roboter sein! Er, Ted? Ja, ja, ich weiß nicht! Irgendwas stimmt einfach nicht mit ihm! Auf keinen Fall! Komm mal her, Luger! Ich glaube, du verlierst langsam die Nerven, Mann! Du bist einfach zu lange an der Front gewesen! Du siehst schon überall Roboter! Also, Ted, was hast du noch mal gesagt, wo du herkommst? Ich bin aus Tokio, Japan! Es ist die größte Stadt der Welt! Also wäre es mathematisch gesehen plausibel, dass ich von dort komme! Seine Story ergibt Sinn! Tut sie das? Ich denke, er nicht! Nein, tut sie nicht! Er ist kein Japaner! Lass es, Luger! Was lassen? Ted! Hör zu, du wirst lachen, wenn du das hörst! Aber Luger hier, der denkt, du bist ein... Er denkt, du bist ein Roboter! Ja, das denke ich! Ha, ha! Das ist witzig! Als nächstes behauptest du noch... Fehler, fehlende Datei, menschlicher-witz.exe.h Oh, klasse, Ted! Okay, du streitest also ab, dass du eigentlich ein als Mensch getarnter Roboter bist, der geschickt wurde, um den Widerstand zu infiltrieren? Nun lass ihn aber in Ruhe, Luger! Ja, ja! Ihre unfairen Anschuldigungen haben in mir das Gefühl von Wut ausgelöst! Genug! Alle beide! Waffe runter! Das ist ein Befehl! Seht ihr denn nicht? Das ist genau das, was die Roboter von uns wollen! Nicht genug, dass sie alle, die uns teuer waren, ermordet haben! Wir sollen uns auch noch gegenseitig umbringen! Tut mir leid, Sarge! Ich hasse die Roboter einfach über alles! Ich denke, wir sollten uns alle beruhigen! Wir müssen versuchen, nicht an diese gottverlassene Hörde zu denken, in der wir uns befinden! Wie wäre es, wenn ich uns ein Lied aus der Zeit vor dem großen Menschen-Roboter-Krieg singe? Das ist wirklich wundervoll, Ted! Oh, danke! Wisst ihr, was ich geliebt habe, bevor die Roboter meine Eltern umgebracht haben? Was denn, Luger? Techno! Sterb, du Roboter-Hornsohn! Hallo, Triptank-Fick-Dich-Selbst-Abteilung! Was kann ich für Sie tun? Hören Sie Sie, erbärmliche Stück Scheiße! Ich verbinde Sie mit der Abteilung! Triptank, hier ist Steve! Gottverdammt! Gottverdammt, ah ja, ich verbinde Sie mit der Abteilung, Moment! Triptank, Abteilung für Theologie und Wasserkraft! Hier ist Tony, ich bin ganz ohr... Tony, schwöre Ihnen, wenn Sie mich weiter verbinden, komme ich persönlich vorbei und poliere Ihnen die Fresse! Oh, das möchte ich ja nicht! Sagen Sie mir einfach, wie ich Ihnen helfen kann, Sir, und wir haben keine Probleme! Okay, na schön, danke, Tony! Ähm, ich hab Triptank gesehen und ich habe eine Beschwerde! Das macht die Beschwerdestelle, einen Moment bitte! Ah, nein! Seht euch diesen Scheißkerl, Gary, an! Macht mit Pfadfindern einen Ausflug wie ein Arsch! Ich sage, wir erschrecken das Arschloch und erteilen ihm eine Lektion! Eine Rache-Lektion über die Kunst des Streichespielens! Matt, bist du bei der Sache, oder was? Oh, ich bin bei der Sache! Ich bin hart bei der Sache! Genau das wollte ich hören! Also, zieh diese kleinen Farbfindershorts an und lasst uns loslegen! Und so, Jungs, erkennt man den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Eichenblatt und dem Blatt der gefürchteten Gifteichen! Apropos fürchten, ich bin überrascht, dass Sie mit uns nach Maple Falls gehen, dem Schauplatz all dieser grausigen Morde! Was? Nein! Niemand wurde hier oben ermordet! Oh doch! Massenhaft Morde! Warum hast du uns hier gebraucht, Dad? Beruhigt euch! Hört zu! Hier gab es keine Morde, okay? Ich bin mir sicher! Tududu! Wow! Wenn das nicht ein Haufen Pfadfinder ist, angeführt von einem dummen Pfadfinderführer-Fettsack! Oh, hallo Parkranger! Kinder? Dieser Mann kümmert sich um... Oh, genug von mir! Wisst ihr, ihr Jungs seid entweder furchtbar mutig, oder euer Anführer ist ein totaler Holzkopf! Ich meine, dass der Typ euch herbringt, obwohl ein Massenmörder frei herumläuft, das ist Irrsinn! Was? Es ist wahr? Oh, klar! Und ob das wahr ist? Der Schlechter von Maple Falls treibt in letzter Zeit ein ziemliches Unwesen hier! Wirklich? Oh nein! Moment! Hört ihr da nicht auch was? Da vorne aus dem Wald? Was? Was ist da draußen? Ich höre auch etwas! Und es klingt super nah! Er hat gesagt, es klingt super nah! Blub! Mord! Mord! Oh mein Gott! Ich bin der Schlechter von Maple Falls und ich bin heute hier, um jemanden zu ermorden! Das kann doch nicht wahr sein! Kinder, lauf! Keine Angst, Kinder! Ihr seid in Sicherheit! Ich schlachte nur den stinkendsten, döfsten, wabbeligsten Blödmann ab, den ich finden kann! Und heute Abend bist du es, dicker Arsch! Bitte, so hilft mir doch jemand! Seht ihr das, Kinder? Euer Anführer ist ein Feigling! Ich werde dir deine Visage abschneiden und sie mir in die Hose stecken! Nein, bitte! Mach dich bereit zu sterben! Dummkopf! Bitte, nein! Haha! Ich wusste es! Gary hat sich vor Angst in die Hose gekackt! Was? Was geht hier vor? Bin ich tot? Nein, du Blödmann! Wir sind es! Klar! Dana? Andy? Was soll das? Nur der Klassische sich im Wald verstecken! Sich als Massenmörder ausgeben! Jemanden erschrecken, bis er sich in die Hose kackt! Um ihm eine Lektion in der Kunst des Rachestreich-Spielens zu erteilen! Rachestreich! Leck uns, Gary! Woohoo! Donny hat gerade ein Foto von Garys vollgekackter Hose gepostet! Hashtag verkacktet! Woohoo! So langsam mag ich den Jungen wirklich! Suck it Gary! Doink! Eins dahin! Du 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 doink! Du 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 du! Oh, das ist gut! Und zuletzt! Kann ich Ihnen helfen? Oh, Sie haben mich erschreckt! Ich, ich, ich... Sie haben fünf Sekunden, oder ich pflastere die Küche mit Ihrem Gehirn! Okay, okay! Bitte nicht schießen! Äh, nicht, ähm, es tut mir leid! Ich bin, ich bin, ich bin der Osterhase! Der was bitte? Der Osterhase! Der... Okay! Und was zum Teufel haben Sie in meinem Haus zu suchen? Osterhase! Hallo, ich verstecke Eier! Sie wissen schon, für Ihre Kinder! Die lieben klein! Eier? Für meine Kinder? Nun ja, keine richtigen Eier! Plastikeier! Und die sind mit Süßigkeiten gefüllt! Süßigkeiten? Ja, Süßigkeiten! Ich will Ihren Kindern nur Süßigkeiten schenken! Wow! Okay, okay, Sir, ich, äh... Stellen wir das mal klar! Sie brechen mitten in der Nacht in einem gottverdammten Karnickelkostüm in mein Haus ein? Es ist kein Kostüm! Um meinen Kindern Süßigkeiten zu schenken? Nicht schenken! Verstecken! Sie müssen sie finden, um sie zu essen, aber... Sie gottverdammter Kinderschänder! Was?! Nein, 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 nein! Sie haben zehn Sekunden, um hier zu verschwinden, oder ich drücke ab! Eins! Okay, in Ordnung! Ich geh ja schon! Ich bin schon weg! Zwei! Aber nur, damit Sie es wissen, Sir, ich... Zehn! Mein Gesicht... Und daher weiß man, dass es den Osterhasen nicht wirklich gibt. Jetzt ist aber Schlafenszeit. Gute Nacht, meine lieben, lieben Jungs. Und damit Ihr es wisst, ich liebe Euch... Warum hatte der Mann Dads Bademantel an? Ich hab Angst! Hallo, Triptank! Hey, Sie! Hören Sie mal zu! Okay. Okay, ich wurde die letzten 15 Minuten von einer Abteilung in die andere verbunden. Obwohl ich nur möchte, dass jemand mein Problem löst. Oh, das macht die Wartungsabteilung, ich stelle sie durch. Oh, geht das schon wieder los? Blöder Wichser! Hallo, Wartungsabteilung, Roy am Apparat, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hab die Faxen dicke! Holen Sie Ihren Vorgesetzten ans Telefon! Kein Problem, Sir! Einen Moment bitte! Hey Kleine, wie geht's dir? Geht's dir gut? Alles klar! Yeah! Wartungsabteilung, hier spricht der Abteilungsleiter. Ich brauch keine gottverdammte Wartung! Ich will mit jemandem von Triptank über das arme Eichhörnchen sprechen. Oh Scheiße, da sind Sie in der falschen Abteilung. Ich stelle Sie durch, mein Bester, ich verbinde Sie. Hallo, Triptank! Mieses, blödes, gottverdammtes, schwanzlutschendes Stück Scheiße! Oh, Herr Sir, da sind ganz viele Störungen in der Leitung. Ich verbinde Sie mit der Wartungsabteilung. Nein, 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 nein! Anna, ich dachte, du wärst im Krankenhaus, nachdem du den kochend heißen Tee getrunken hast. Oh, Herbert, ich bin vollständig genesen dank dem Arzt, den der hat meine Lippen durch die Rosette meines Vaters ersetzt. Uh, meine Güte! Oh! Hey, Scoutmaster, möchten Sie einen Schluck Wasser aus meiner Feldflasche? Ja, das wäre toll. Matt, bist du das? Woo! Verkalkt, Gary! Woohoo! Woohoo! Da gibt's, Gary! Woohoo! Wieso machen wir eigentlich einen E-High-Five? Äh, weil ich deine feuchten Hände eklig finde. Suck it, Gary! Woohoo! Bethifer, Jesus, Baby! Oh mein Gott, Jen, ich hab echt ein ernstes Arschtrauma am Korn. Soll ich so lange deinen Milchshake nehmen? Scheiße, nein, du Bitch! Ich trinke Milchshake, wo immer ich will. Bitch! Ich wette, die wollte meinen Shake austrinken. Gott, ich brauche neue Freunde. Also coole Freunde wie James Bader. Ah! 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 Oh mein Gott! Jen, ich hab grad ein scheiß Baby gekriegt! Oh mein Gott! Du hattest Sex? Nein! Gott, du bist so blöd, Jen! Du weißt doch, ich hebe mich für Cumberbatch auf. Das ist offensichtlich sowas wie ein Jesus-Baby. Oh mein Gott, dann werden wir ja bestimmt berühmt. Wir? Du meinst ich, Bitch! Ich werde meine eigene Reality-Show haben mit mir und Jesus, wo wir so Jesus-Sachen machen in den Hamptons. Hau ab hier, Bitch! Zehn Minuten später. Dieses Baby nervt! Es kann gar nichts und irgendwie ruiniert es voll mein Leben im Moment. Verkauf es doch an Babycrab. Oh mein Gott! Ich sollte das Babycrab verkaufen für eine Million Dollar oder so. Hallo, kann ich helfen? Ja, ich hab da so ein Baby, das ich verkaufen möchte. Wie viel krieg ich dafür? Es war eine unver... Unver... Unverbleckte... Es ist ein Jesus-Baby, gib mir schon Geld! Sie meinen unbefleckte Empfängnis? Ja, also Gott wollte ein Baby machen mit der besten Frau auf der Welt. Und da hat er natürlich... ...mich genommen. Aus offensichtlichen Gründen. Und jetzt wollen Sie dieses Baby an Crab verkaufen? Nee! An Babycrab, du dumme Tusse! Warum sollte ich es einen normalen Crab verkaufen, wenn es ein Baby ist? Manche Leute, ey... Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann. Babycrab kauft eigentlich keine Babys. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung, es ist ein Jesus. Ach, wie süß! Was für ein Gesichtchen! Oh meine Güte! Das ist gar kein Baby! Ich glaube, das ist ein... Burrito! Oh mein Gott! Das ist das Beste! Burrito Baby! Das ich hier gegessen habe! Also, es ist mein erstes Date mit Julie. Aber sollte ich womöglich ein paar Kondome kaufen für alle Fälle? Woher soll ich das wissen? Ich hatte eine Vasektomie, als ich 16 war. Oder wenigstens erzähle ich das den Ladies! Oh Gott! Das ist bestimmt wieder dieser Typ! Oh oh! Hey! Stell ihn nach unten zu Ben durch! Das macht ihn fertig! Ah! Gute Idee! Ben Abteilung! Hier ist Ben am Apparat! Was kann ich für Sie tun? Oh mein Gott! Wollen Sie mich verarschen? Hören Sie mal zu, Sie fette Schlampe! Moment! Ich verbinde Sie mit der Abteilung! Hallo! Fette Schlampenabteilung! Nein! Oh Gott! Nein! Ich will nicht in die fette Schlampenabteilung! Okay! Ich verbinde Sie! Hallo! Nicht die fette Schlampenabteilung! Was kann ich für Sie tun? Das ist doch krank! Ihr seid alle einen Haufen Arschlöcher! Ist bei Ihnen eine Schraube locker oder sowas? Moment bitte! Ha 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 hallo! T-Triptank! Hier ist Rob! T-Tra-Tra-Botter Ben! Was kann ich, was kann ich, was kann ich für Sie tun? Ich verstehe kein Wort, was Sie sagen! Stellen Sie mich wieder zurück! Ich verbinde Binde 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 Sie Verbinde Sie Kekse! Hallo! Sie sind verbunden mit der fette Schlampenabteilung! Wir sind momentan alle in der Pause! Leute, wir haben ihn fertig gemacht! Ich kann's nicht glauben, wie gut sich das anfühlt! Mein ganzer Körperkrippe! Wow! Ich bin wie elektrisiert! Ich hab so'n prickelndes Gefühl! Das ist genial! Sag mal Andy, hast du ähm zufällig Gifteiche benutzt für deine Verkleidung? Nein, das sind ganz normale Eichenblätter! Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Gifteiche! Ja, bei mir juckt alles wie Scheiße! Bei mir auch! Bei mir auch! Bei mir auch! Ich kann es nicht glauben, dass dieser Wichser Gary uns mit Gifteiche vergiftet hat! Das ist so müh! Ich hasse Gary! Ohohoho, Gary! Du bist selber nichter Bastard! Du kannst was erleben! Und wer ist super afpacke! For a kid! 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 For a kid for a kid! Ganz, ganz, ganz lieb zu ihr sein. Danke. Du bist ein guter Freund, Roy. Hallo, Triptank. Na schön, hören Sie. Sie haben gewonnen. Okay, ich gebe auf. Ich möchte nur, möchte nur, dass es dem kleinen Eichhörnchen gut geht. Eichhörnchen? Nein, nein, dem geht es gut. Ich denke, es ist noch in der Garterobe. Ich verbinde sie. Ja, hallo. Hier ist Eichhörnchen. Grundgütiger Eichhörnchen. Ich habe bei Triptank gesehen, wie dir das Genick gebrochen wurde. Ich dachte, du wärst tot. Ja, tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen, junger Mann. Aber ich bin eine Zeichentrickfigur. Was? Sie sind nur Zeichentrick? Ja, und Sie auch. Nun hören Sie zu. Nehmen Sie doch den Mist, den Sie bei Triptank sehen, nicht so wahnsinnig ernst. Denn es kann im Grunde genommen buchstäblich alles passieren. Augenblick, Moment. Ich könnte also alles machen? Überall hinreisen, zum Beispiel durch Zeit und Raum? Ja. Ich verbinde sie mit dieser Dimension. Nein, nein. Ich verbinde sie. Ich verbinde sie. Ich verbinde sie. Ich verbinde sie. Kekse, Kekse, Kekse. Mh. 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 Was zur Hölle war das? Das ist das Ende des Regenbogens für dich, Arschloch. Mh? Aua! 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 Vielen Dank.